Kognitive Langzeitfolgen nach einer Covid-19-Erkrankung scheinen einer neuen Studie zufolge vermehrt nach schweren Verläufen der Krankheit aufzutreten. Eine im Fachblatt JAMA veröffentlichte Untersuchung in den USA zeigt, dass ehemalige Patienten mit einem Corona-Klinikaufenthalt in einigen Bereichen um ein Vielfaches häufiger betroffen waren als Menschen, die ambulant behandelt worden sind. Besonders starke Unterschiede hat es bei Wortfindungsstörungen gegeben. Diese sind nur bei 13 Prozent der ambulanten Patienten, aber dafür bei 35 Prozent der im Krankenhaus Behandelten aufgetreten. Bei Aufmerksamkeitsproblemen sind es 5 und 15 Prozent gewesen. Das Erinnerungsvermögen ist bei nur 12 Prozent der ambulanten, aber bei 39 Prozent, also über einem Drittel der Patienten mit Klinikaufenthalt, beeinträchtigt gewesen. Die Studie ist mit Daten von 740 Covid-19-Patienten und Patientinnen erstellt worden, die bei der US-Krankenhausgruppe Mount Sinai registriert waren. 63 Prozent der Teilnehmer sind Frauen gewesen. Insgesamt haben die Patienten am häufigsten unter Problemen damit, sich etwas zu merken oder etwas zu erinnern gelitten. Dies hat jeweils fast jeden vierten Menschen der Studie betroffen. Danach folgen etwa Wortfindungsstörungen oder eine generell langsamere Geschwindigkeit bei der Verarbeitung von Informationen. Die Studie erfasst keine Erkrankten ohne Kontakt zum medizinischen Personal. Die kognitiven Langzeitfolgen von Covid-19 sind Teil einer ganzen Reihe von gesundheitlichen Beschwerden, mit denen ehemalige Corona-Patienten zu kämpfen haben. Über 200 Symptome sind damit assoziiert. Es gibt viele Überschneidungen zu Erkrankungen, die schlecht fassbar sind, beispielsweise zu Depressionen und psychosomatischen Krankheitsbildern. Die Übergänge sind fließend.